Faktisk Ich habe schon die erste Hast du noch eine Drohne? Ich habe noch eine... warte Ich habe noch 8 tape Der war jetzt im Raum drinnen, ich konnte aber leider nicht spotten Wo, wo, tape, 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 wo? Rechts, rechts glaube ich Warte, wir müssen... ja, wobei, wir haben noch ein bisschen Zeit. Nein, 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 der ist hinten im Raum gewesen. Hab ihn! Ich kann mich nicht erinnern, dass die Morsense so krass sind. Yo... Hacker! Wieso? Wieso? Nein! Nein, Alex! Nein, ich krieche! Das war ja ultra lächerlich, ey! Ich merke schon, läuft gut bei euch. Nee, ganz so. Ich renne einfach viel zu viel, ey! Das ist natürlich super, wenn ihr jetzt alles herrennt habt. Hab ihn! Watt von wo? Ja, das ist ja so. Max, rechts vor dir, rechts vor dir, rechts vor dir! Der letzte war vorher draußen, äh, draußen die Clamer, also nicht raus springen. Ja, genau, neben dem großen Fenster war der. ... ... ... Hallo, Mann. Ich mag dich, Mann. Der ist direkt am Fenster. Ich weiß, ich will nicht hochgucken. Ich wusste nicht, dass der mich gehört hatte. Bist du klar, Scheibe? Hä? Wie hat der mich? Ja, okay. Also ich habe mich nicht gehört. Hallo, Mann. Ich mag dich, Mann. Du bist unbedingt weg. Sup, Motherfucker! Tom ist wieder hinter Travode am Stissen. Aber hier ist irgendwo ein Gemma. Ja, aber du kannst ihn kaputt machen. Ja, aber wenn ich ihn nicht sehe, bring mir das an. Das ist richtig. Okay. Hier nach unten kommt Strom. Ja, der ist da drunter hinter seinem Schild. Komm. Nice. Ein Schuss, ein Kill. Wer? Der war auch schon ein bisschen low von da drunter. Du klapierst, oder? Mann! Nicht hin... Nein! Steh drauf! Bist du dumm! Alles klar. Jawoll! Hier ist einer. Wo ist hier? Wo ist hier? Nein, nein, nein. Im Raum sind die letzten beiden. Max, ich war auf. Ja. Ach, das ist die Leiche. Der hockt hinterm Schild. Fotzen! Ach, Fotzen weg! Nein, es hat sich weggefotzen. Nein! Ich werde hinlegen, aber das dauert zu lange. Gleis ist geil seit dem Update. Oh, Captain Drake! Oh, was? Weiter Platz, nicht ein Kill, ne? Sexless. Was ist das? Wie das Korreie? Bist du? Das war so smooth. WALL IS REINFORST! So ist das Kalient drin. Ein Schuss, okay. Die zerkloppen hier gerade alle Fenster. Geht ab. Ach, Rainbow ist noch mal eine lange Pause. Aber wieder schön, muss ich schon sagen. Doch schon ganz... Das ist ja echt ein Dennis Game, muss ich sagen. Keine Laune. Aber so lange wie Overwatch könnte ich es nicht zappen. Max, bitte nicht im Weg stehen. Ich liege. Aaaaaah! Ah. Ich schaue da schon runter, es bringt doch nichts mehr, wenn wir beide da runter schauen. Ich gucke da zuerst runter. Der Junker. Wieso denn? Kann ich da durchschießen? Nein. Okay. Wie sieht denn das... Wie sieht denn das aus, Alex? Wie sieht denn das aus, Alex? Max, ich bin am besten wartet. Der dritte aber hoch, der dritte ruf. 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 Ist er schon oben? Ja, es ist Ash! Ich bin hier morscht, ne? How you like me now? Ist auch schon ganz offen. Ich kann mal rein. Alles klar! Einfach absolut betatet, ne? Wie heißt das Lied, wo der Typ dann eben sagt How you like me now? Das war gut. How you like me now? Song... ... ... ... ... Ahahahah! champ ... ... ... ... ... ... Der Alex, was hast du da? Bisschen, aber die Wäume mit deinen Ehen. Der war dauernglaubig. Das war einfach. Oh, yeah! Ja, ja! Hm. Chachanka spielt, ne? Richtig! Thank you for your feedback. Immer noch Level 106. Level 136. Aber bald schon 59.510 Kilometer aufzusteigen. Richtig gut. Scheint gut gelöst zu sein. Was gelöst? Ja, dass die EP nach 100 Level sich nicht resettet. Wie in jedem anderen Game. Sollten sie. Normalerweise nach einer Prestige-Funktion. Mehr oder weniger. Es hat ja keine Prestige-Funktion. Naja. Aber an sich hast du halt 100 Level und dann fängst du wieder bei 100. Also, ne? Dann bist du wieder bei 100. Naja, aber warum? Naja, weil das eigentlich nur Sinn macht. Naja, das ist man doch so genau. Naja, es ist doch viel gellere 100 Level. Level 136. Hier darf sich viel gellereilen als bestimmt Level 1. Wieder. Nein, aber bei 100 sollte es halt wieder von den EP von vorne her angehen und nicht weiter konstant steigen. Naja, es ist kein Lieder, aber trotzdem ist es ein Skin, ne? Äh, finde ich so nicht erotnen. Und ich habe den Ibana Elite-Skin. Ja. Und du hast diese Mirrors Lust, ne? Wenn du kein Geld hast, kannst du es erstmal jemanden ausrauben. Ja. Das ist richtig. Wer lädt denn da so lang? Ach, ich. Hahaha. 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 Ah, ihr habt nicht am längsten gelacht. Genau. Gib den Hamster. Bist du dir Droge, der kennt mich schneller laufen, ey. Wahrscheinlich. Klapp bestimmt. Keep the bombs protected. Ich will Hallo sagen in dem Game. Haha. Ich krieg auch Happen zugebeten. Oh, Happen! Oh, Happen! Oh, Happen! Wie viele Uhren hat dieser Mensch eigentlich? Mann! Haha. Oh, er ist lokaliert auf dem Bett. Was ist so ein Max aus? Äh, nein. Max, seht ihr meinen Mundschutz? Was hast du gerade gesagt? Max! Ich schaue dich. Ich finde dich. Ich schaue dich. Was ist so ein Max aus? Äh, nein. Was ist das? Max, ich will dich. setse, den Mundschutz an! Frag, Grenade können uns! Der Torcantenschild ist gut. Der Torcantenschild ist gut. Der Torcantenschild ist gut. Gut, das ist wichtig. Was ist der Torcantenschild? Hahaha Okay Hand ich doch Idiot, Alter Ich denke gerade, was sind das für Leute, wenn ich mir auf dass sie Vögel sind, ey. Was? Ich hab mir eine Ahnung, wo die sind. Ja. Ja. Doch bei mir. Hier oben bei A ist Winde offen. Da ist einer, da, da, da. Hab ich. Das ist jemand. Ich hab ja Westen. Guck mal an. Krass. Ja, Jungs. Max, Max, komm mal hin. Alle Arme nehmen, alle Arme nehmen. Warte, lass den, 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 der. Ach, der lebt, ne? Wie geht's so hier auf der Motte? Was? 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 Verdammt, ich hab Fetch, hast du getreten. Mit F Messern, hat nicht funktioniert. Kann mir irgendwer eine Wand aufsprengen, dass ich durchgucken kann? Warte, ich tue hier... Warte, ich kann nicht... Das ist Reinforced, ne Alex? Ich bin noch bei A, ne? Bin gespottet. LoL! Blinden sind das LMG! Ich seh einen. Ist der tot? Warte? Warte. Wieso werde ich die ganze Zeit gespottet? Ja, BEL! Easy. Nice. Das ist geil. Ich leg dich voll ab, nur so. Schön. Mit dem Grenade Launcher, dem man normalerweise keine Kills macht, ne? Erstmal einen Kill machen, so läuft das hier bei Rainbow Six. Wie sieht denn hier die Kamera aus? Mega nervig. Draußen und so einem weißen Masten. Draußen! Und im Haus! Und so weiß, also, sieht man eigentlich relativ gut. Aber nicht gerade Kurschnitz gelämpft, oder so. Okay. Oh, Maki! Da muss ich auch mein Frost Skin jetzt erstmal ausbackeln. Wovol dann. Ist halt so jemand, der so beliebt sein will, ist aber nicht. Das soll ich. Kann ich so bestätigen. Ne, Nachmittag. Sehr belastend. Was hast du gestern eigentlich gemacht? Waren nach Dresden gefangen ins Kino? Und welche für... Live? Ah, und wie ist er? Wo wohnt er? Kein Meilenstein. Was? Kein Meilenstein. Bää... Ne, Max! Macht's mal! Ne, Max! Mach's mal! Ne, Max! Ne, warte geht noch nicht! Ne, warte, was... Ääääh! Ja, ich muss noch viel zu. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Kau her! im absoluten Meisterwerk Lass mich da durchschießen! Ne 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 ne! Hör auf! Das tust du! Mein Meisterwerk! Ich muss dir im Bild zeigen! Nein, das geht nicht! Ich muss an meinem Meisterwerk arbeiten! Das hast du natürlich reingehrenst, ne? Du hast zu viel Köche verderben im Brei! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Warte! Hahahaha! Nice! Ja! Gott sei! Gott sei! Stopp! Okay! Er schießt einfach durch und tötet mich! Alter! Junge! Scheiß! Wenn sich einfach nur die Brandpfeile von Kapital... Dach! Hips, gebraten! Ich hab' ne bisschen Stress! Ja, die zu! Ja, ich hab' ne... Ja, ich hab' ne... Ja, ich hab' ne... Jo, Alter! Und wir enden das über euch hier! Na, der Brandpfeiler! Aha! Ey, da wird denn... Wie dumm guckt die denn bitte? Hahahaha! 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 Wie die guckt! Hahahaha! 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 Deanzido! Ja, ja... Jetzt kannst du gleich mal kennengucken... Ach das ist so lustig, Alter! Ich fang gleich an zu lachen! Was ich jetzt sagen? Selbstkinder sind jetzt nicht gelachen... You have entered an enemy controlled area. Leave now. Gute zone? Was hab ich denn für'n Feuermodus? Alter ich erschrecke mich erst mal komplett. Toll. Oh. Le. Ich hätte es echt gefallen wenn du Max jetzt nicht hattest. Ich auch. Max. F***. Oh. Das ist das ungute Gefühl, dass sie die Runde noch verlieren. Das wird wahrscheinlich sein. Aber du kannst deine Pistole nachladen. Okay, jetzt ist der WIG-Modus aktiviert. Zwei Brüsteinkopf. WIGS, 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 WIGS. Zwei Brüsteinkopf. Hätte ich gemessen wäre tot gewesen. Schade. Ich hab keinen Bleistift gehabt. Da hab ich keinen Nahkommenskümer. Der ist in der Küche. Der ist in der Küche. Der wäscht gerade seine Haare. Wie der ihm gefallen ist. So vom Kochwasser. Weil er auch so viele Haare hatte. Der hat eine französische Flagge an der Waffe. Wie schwul ist das denn? Das kriegt man noch gratis. Das ist von Newplay halt. Französisch. Ubisoft. Finde ich rassistisch. 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 Es sollte mindestens auch eine Flagge für Muslimen und Schwarze geben. Eine Feministinnenflagge sollts auch geben. Sonst fühlen die sich so unterdrückt. Weil man sagt ja DIE Französisch. Ist er männlich? männlich deswegen